Boah, ich hab so viele Steine. Habt ihr die Quest im Schiff schon gemacht? Ja, eben. Die 10 Monster töten und... Die Quest, ja, ja. Aber die 2.5. Ja, gut, dann passt ja. Nö, hab ich noch nicht. Kommt noch alles. Ich denke, es ist ne geile Klasse zum klauen. Ah ja. Ab, 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 ab. Ach so, was muss ich denn eigentlich machen in meiner Orangenfest? Also, ich muss nie... Jo. Ich muss zum Schiff, oder ob es... Ja, ich mach nur, ich töte nur die 10 Viecher, dann die anderen 10 und dann haue ich wieder ab. Naja, alles gut, ich mach das auch gleich neu, kurz. Mehr hab ich ja nicht vor. Gar nicht. So, wie sieht's denn eigentlich aus? Eigentlich müsste ich ja ein bisschen einen Beruf machen hier, ne, oder? Wie viele Punkte habe ich noch? Oh, Junge, 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 du bist aber weit oben hier. Und, äh, an und für sich sollte ich... Wie sieht's denn aus bei U? Ähm... 300 Monster. Ach so, hier, ach, wir haben gerade mal 100 von 500. Okay. Ja, das... Also, da muss man ja gar nicht, äh, rein. Ne, die Hot Springs, meinst du? Hä, ich hab schon... Ja. 100 Hot Springs gemacht? Wann? Warst du nicht eben in der, ähm... Ne, du hast ja erst 100 voll. 100 hast du schon gemacht, aber wann? Keine Ahnung. Ich hab's auf jeden Fall auch schon. Hä? Wirklich? Das hat jeder, aber wann? Ich war, ich war ja nicht mal drin. Also, ich war eben kurz drin für ne Quest. Hä? Mann. Eben? Ne, ich war noch nicht... Wie soll ich nur machen? Du, du... Du, da... Du, da... Du, da... Kommt alle ran. Alle ran. Oh, ja. Wirklich. Wann werden angefangen? Du, da... Du, da... Du, da... Du, da... Du. Du, da... Du, da...! einer fehlt mir wo ist es ja ich fahre hier schön und haben ring level 38 bekommen ich bin voll op geworden das op ist in meinem rucksack voll op wie warum guck mal mein rucksack oh gott jetzt krieg nichts mehr wie viele müssen wir an schnetzeln 300 was hätten wir denn zur auswahl die 40er die 40er können also level 41 reingehen für die 47er mobs klatschen mit 41 da rein ich wollte gerade sagen also ich am besten gehen wir dann ja direkt da rein wenn wir so weit sind weil dann aber ja dann wird es wahrscheinlich auch schon überlaufen sein mit 41 da dauert ja noch aber die fahren alle hier schon drin in diese lachen ja gut das kann ja gut das sind die lappen die lappen gleich mit 35 misst die holle oder ja erst mal so weit kommen du kannst ja erst rein wenn du die solo in das ach so richtig ja 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 jeder neue in das war müssen wir gucken ich glaube ich bin so und so der letzte halt jetzt hier obwohl ich könnte noch ein bisschen überholen das macht ja nichts müssen wir ein bisschen auf hau warten dann audi hau dann tank braucht man auf jeden fall ja sind schon so wenige backpack expander jawohl noch mehr so was haben wir noch ich weiß nicht ich habe keinen bock auf fischen mythos panel go find what's on the peach oh nee möchte ich auch nicht sich das machen und den level ja haben sie was kann der rotz hier nicht fertig sein an so ein scheiß muss ich jetzt machen warum schickst mich hier ach muss ich mir jetzt ein video hier angucken ach so ja dann ist ja der sagt sogar was hier sind ja noch mehr leute ich hoffe das zählt auch du kannst auch in den anderen modus rechnen das gibt es keine anderen ich bin mal kurz auf kam und hol mir was zu trinken und wir sind weil wir sind wir sind wo ich bin jetzt ist es zu fressen auch ich habe schon vorgegessen Ich weiß nicht, wie ich es. Es tut mir zwar leid, aber ich muss mir mal die Gruppe verlassen. Ja, okay, mach doch. Dass ich irgendwie in eine andere Gruppe reinkomme, die nicht bei mir in der Nähe ist. Das wäre mal mehr. Das wäre mal mehr. Kann man den Regenfilm aufmachen, den man aufgeräumt hat? Kein, ne, ich denke nicht, das ist ja nur ein Accessoire. Ich kann meinen Hammer ja auch nicht in die Hand nehmen. Also ich bin auch mal kurz aufgeräumt. Yo. Sanko, wenn ich auch frage, soll ich den Stream ausmachen? Ne, ich lasse ihn laufen. Schöne es drauf. Der ist ja auch gerade weg. Ja, ja. Ja. So. Ich glaube, ich kriege gerade einen anderen Spieler. Ich habe die EP gegeben. Egal, weil er sich in diesen Frosch verwandelt hat. Ja, wenn du 250 gekillt hast, dann kannst du dich ja verwandeln. Ja, aussuchen halt. Ja, ob du weitermachst und keine EP mehr bekommst, oder halt. Und was habt ihr so für einen Gearscore? Darüber rede ich nicht mit dir. Nachher weinst du. Oh Mann. Mein Gearscore ist im Inventar, ja? Um 19 Uhr wird irgendwas gemacht. Um 19 Uhr? Du, ich habe den Kobold. Bei uns geht gerade so die Welt unter. Bei uns auch. Warum? Der Sturm und alles. Echt? Das ist richtig übel, ja. Bei uns ist es nur dunkel. Ja. Ich bin schon chillig. Oh Gott, miese Dreckspressed. Wenigstens habe ich den Kobold verbrügelt. Und das coole, er war auf meinen Namen. So, ähm, bin ich hier jetzt abgeschlossen? Was kann ich denn kriegen? Ich brauche zwei davon, dann kann ich meinen Ohrring, äh, Kette bauen. Alter Schwede. Ah, okay. Wie kann man die epischen Dinger bauen? Naja, gut. Das sind ja am leichtesten. Dann schauen wir doch mal. 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 Da sitzen die Leute echt die AFK auf irgendwelchen Plätzen. Ich hätte schon wieder irgendwo hingebautet, oh mein Gott. Was ist denn hier? Ah ja, da kommt mir jetzt. So, Fishing haben wir noch. Fishing. Fischi, Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Fischi, Fischi. Fischi, Fischi. Fischi, Fischi. Fischi, Fischi.